Alle wissen doch, dass die Masken nichts bringen. Ich kann jetzt schon nicht mehr ruhig schwachen. Wir lassen uns nicht mehr verarschen. Wir alle zusammen für die Freiheit. Wir Pandemie-Fick-Sklaven. Für unsere Kinder. Das klingt nicht nur für mich eigenartig. Ich habe keine Nazis gesehen. Ohne Friedensvertrag gibt es keine Freiheit. So viel ist klar. Merkel-Diktatur. Das klingt nicht nur für mich eigenartig. Wir sind friedliche Menschen, die für Freiheit und Selbstbestimmung auf die Straße gehen. Ihr korrupten, bezahlten Marionetten. Bitte lasst euch nicht zwangs in. Das ist das Ziel. Weg mit dem Parasitenpack. Das klingt nicht nur für mich eigenartig. Bitte, bitte, ich weh euch an. Das Demonstrationsrecht ist ein von der Verfassung geschütztes Recht. Ihr vollgeschissenen Menschen heute. Für unsere Kinder. Wir lassen uns nicht mehr verarschen. Deutschland befindet sich im Krieg. Ihr vollgeschissenen Menschen heute. Das klingt nicht nur für mich eigenartig. Wir lassen uns nicht mehr verarschen.